Was bedeutet eigentlich übersetzen? Nehmen wir doch als Beispiel mal Amanda Gormans berühmtes Gedicht The Hill We Climb. Eigentlich sind das ja nur vier Wörter. The Hill We Climb. Es scheint doch ganz einfach. Der Hügel, den wir besteigen. Aber Hügel, das erscheint mir ein bisschen klein für das, worum es geht. Wie wäre es stattdessen mit Berg? Finde ich gut. Und besteigen klingt irgendwie so nach Bergsteigen. Wie wäre es denn mit Erklimmen als Alternative? Ja, ist doch eine super Lösung, oder? Auf dem Buch vorne steht aber was ganz anderes, nämlich den Hügel hinauf. Trifft es das? Gute Frage.